Hey Leute, was ist denn da? Willkommen! Heute ist ein ganz spezieller Tag. Äh, nein, heute ist ja auch Valentins Tag, aber spezieller ist, dass Rage Mode heute auf Gommel zurückgekommen ist und wir sweatern uns da direkt mal in die Top 10 hoch. Dann Legos! Okay, okay, ich bin hype, wir machen unsere Sounds ein bisschen leiser und dann kann es losgehen. By the way, für den Spielmodus, für die Top 10, sind nicht die Wins entscheidend, sondern die Kills, die man macht. Und Kills mache ich ja ohne Ende, von dem her, das sollte ja recht easy sein, hier bald in den Top 10 zu sein. Let's go! Nice! Direkt die erste Runde schon gewonnen! Oh, come on! Aim war jetzt nicht so gut. Schön, Knusper-Sacke haben wir bekommen. Oh mein Gott, ein Kill gerade nach dem anderen. Oh mein Gott, Leute, einfach fucking insane. Wow! Diese Killstreak! Wow! Wow! Lol! Lol! Einfach nur die 2 von 2 Runden gewonnen, Leute! Was war das gerade für den Killstreak? Oh mein Gott, Leute! Okay, wen hat's hier? Da hinten chillt jemand. Hammer direkt. Nice! Nice, nice, nice. Out moved. Da kommt direkt der nächste. Hammer. Hier hinten spawnt niemand. Da ist Tepidemic. Hammer. Den Hammer auch. Den Hammer auch. Was? Nein! Ich hätte blocken müssen. Okay, weggeaxelt. Sorry, Boy. Okay, okay, okay. Den da hinten holen wir. Nice. Nur noch ein Kill. Ne? Nice, Leute! 4 von 4 Runden gewonnen. Go, 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 Leute. Wir holen uns aber echt viele Kills hier gerade. Top 10 sind nicht mehr weit entfernt. Ah, hier kommt niemand. Doch, da kommt der Space Profi. Sehr schön. Den Hammer. Den da unten haben wir auch direkt. Ich hoffe mal. Sehr schön. Den Hammer. Den da unten holen wir uns auch direkt noch. Sehr nice. Okay, da hinten kommt der nächste. Hammer. Da kommt Cass Rops. Haben wir auch. Schön. Oh mein Gott. Okay, Killstreak war am Start. Aber wir haben nicht durchgehalten. Das waren doch Spieler zu viel hier. Okay, okay. Aber wir sind auf jeden Fall wieder auf Platz 1 im Moment. Das ist sehr nice. Zack. Boosten wir uns hier rüber. Holen uns den. Oh, da hat er die Axt bekommen. Okay, nur noch 4 Kills. Dann haben wir die Runde auch schon wieder gewonnen, Leute. Dann hätten wir fast die 5. Runde am Stück gewonnen. Das ist ja insane. Das ist ja echt... Oh mein Gott. War das klappt? Ne? Axt gerade noch so geblockt. Da sind die Leute auch mit Speed am Start. Das Aim war hier auch am Start. Das war gut. Da kommt Dini. Oh mein Gott. 5 von 5 Runden gewonnen. Oh, der hat mich schon abgehängt. Miss. Da haben wir Zmar geholt. Und nochmal. Oh, Zmar. Lass dich töten. Sehr schön. Okay, da hinten haben wir roter Marmor. Perfekt. Den OG-Boy. Die Ole. Und Dini. Ja, ne? Hier ist ziemlich eine... Ziemlich, ziemlich starke Position. Come on, Boy. Sehr schön. Hammer. Da ist der nächste. Ja, den haben wir jetzt nicht bekommen. Da haben wir Dini. Letzter Kill. Nice. 6 Runden gewonnen. Einfach in Sinn. Sehr schön. Nuketown ist ein bisschen kleiner. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh. Ja, der hat hier eine gute Position gehabt. Aber wir sind schon wieder hier fast am Sieg, Leute. Wir kratzen schon wieder hier am Sieg, ne? Das ist sehr geil. Oh, haben wir einen Outplate. Nein! Brauche nur noch einen Kill. Dann habe ich gewonnen. Nur noch einen Kill. Nein! Wie knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese eine Axt hat mir alles gesaut. Schade, schade, schade. Oh, von hinten. Hallöchen. So, komm her, du. Sehr nice. Okay, den holen wir uns auch direkt nochmal. Und dich auch nochmal. Okay, da oben scott auch die nochmal. Oh, den sollten wir haben. Sehr schön. Die haben wir auch direkt wieder. Oh, Max bekommt Angst. Den läuft weg. Wait a minute. Dimi. Wo ist Dimi? Was? War der 10 Kills mehr als ich? Aber so schnell. Oh, sehr schön. Den holen wir uns auch noch. Von hinten. Hammer auch bekommen. Sehr nice. Dann gehen wir schnell wieder hier hoch. Da kommt der Nächste. Den haben wir. Den da hinten holen wir uns auch. Da ist Dimi. Max, moin. Ey, Ole. Ey, Max, schon wieder. Haben wir auch geaxelt hier. Hey, Paufi. Sehr schön. Aber wir sind ja auf Platz 1 gerade. Das ist sehr gut. Oh, der arme Leute. Der wird gerade komplett weggespawnt. Von mir, ne? Uncool. Schön. Hammer. Denkt mal, die Runde ist uns sicher. Oh, nice. Sieben von neun Runden gewonnen. Nice, nice, nice. Nice. Ah, ne. Der wird schon von hinten gekillt. Aber dafür haben wir den Mörder. Den Boy da unten können wir erstmal ignorieren. Lieber ein bisschen auf Roder Marmer fokussen. Boy. Okay, okay. Die Axt nehme ich. Moinsen. Oh, nein. Ah, das war zu viel. Das war too much, Leute. Das war too much. Sehr schön. Den Hammer. Den Hammer auch. Nice. Outblade. Nein. Ich hätte blocken müssen. Ich habe doch gesehen, dass er die Axt geworfen hat. Hey, Leute. Aber die Runde sollte safe sein. Warte. Wollen wir es beenden? Ja, nice. Leute. Let's go. Stirb. Nice. Killstreak ist am Start. Ah, schade. Haben wir nicht bekommen. Äh, Dankeschön auf jeden Fall für deine Donation. Richtig kranker. Ihren Support mal lieber. Okay. Kasswurps. I'm sorry, mate. Schön, wir gewinnen auf jeden Fall gerade wieder. Ne, mich achst du nicht. Letzter Kill. Oh mein Gott, Dimi. Junge. Wollte, wir haben nicht gerade noch achsen. Oh mein Gott, war das knapp, Mann. Aber weggeblockt und ihn selbst gekillt. Wir haben jetzt 10 Runden gespielt und haben davon 8 von 10 Runden gewonnen. Sehr schön. Und Dimi. Hammer. Otti auch. Max auch. Und jetzt haben wir es gewonnen. Nice, nice, nice. G. G's in the chat. So. Nice. Dann haben wir. Schade, wir werden nicht. An Paul haben wir. Puffui direkt wieder. Okay, nur noch 2 Kills, dann haben wir gewonnen, Leute. Okay, let's go. Nice. So schön, GG's. Stay in. Moinsen. Kommt hier jemand durch? Wir wirfen einfach mal rein. Nice, haben wir. Moin, Dimi. Von oben. Ui. Was eine Killstreak bisher, ne? Oh, denn da unten holen wir uns noch. Nice. Huh. Ein Sitz komplett, Jungs. Nice, haben wir nochmal bekommen. Panda. Nice. Sehr gut. Come on, Jan. Stirb. Danke. Nice. Okay, wir sollten es eigentlich gleich gewonnen haben. Nice. Block war ganz... Was? Jan! Hat er mich gerade noch überholt? Never. Boah, stark gemacht, Jan. Stark, ganz, ganz, ganz stark. Okay, es geht direkt weiter. Okay, okay, wir gehen schnell hier rüber. Holen wir uns Dimi. Nice, haben wir. Das wird schwer hier aus der Position. Uh, das war ein legender Double Kill. Er ist den einen mit dem Boden gekillt und Jesse ist in meine Axt reingesprungen. Oh, schon wieder Jesse geaxet. Oh mein Gott. Axt geblockt. Sehr geil. Warte geht's. I'm still alive. Ne? Boah, schön. Okay, es geht direkt weiter. Halbpa-fui. Okay, okay, okay. Da hat sich den selbst gekillt, lol. Oh, Jesse, das war knapp, ne? Ohoho. Dreimal schon Jesse geaxet. Oh mein Gott, I'm so sorry. Ole. Nice. Stirb. Sehr schön. Nice. Sehr schön. GG's in den Jet. Okay, wir gucken noch mal, haben wir eher die Top 10 geschafft? Slash Dead. Wir haben Platz 12 erreicht, Leute. Mir fehlen nur noch ganz wenige Kills hier. Oh mein Gott. Ne? Bis nachher. Bis gleich oder whatever, ne?